Wey! Herzlich willkommen zu einem neuen Passive Income Quickie. Hier erkläre ich dir ganz kurz und schnell verschiedene Ansätze, wie du dir weitere Einkommensströme aufbauen kannst. Und heute soll es um das Thema T-Shirt-Marketing gehen. Dafür schmeiße ich jetzt meine Stoppuhr an, weil ich in 360 bis maximal 90 Sekunden damit durchsende. Und es geht los! So, heute geht es um das Thema T-Shirt-Marketing. Was ist T-Shirt-Marketing? Beim T-Shirt-Marketing kannst du mithilfe von verschiedenen Plattformen wie Spreadshirt oder Teasily dir coole Sprüche, dir coole Grafiken, dir coole Logos überlegen und diese auf der Plattform auf T-Shirts sozusagen optisch aufbringen, eine Vorschau für diese T-Shirts erstellen und dann diese Vorschau des T-Shirts mit deinem Spruch, mit deiner Werbung oder mit deiner Grafik, keine Werbung, Grafik, Spruch, cooles Logo, bewerben auf Facebook zum Beispiel und Bestellungen einsammeln. Nach zwei Wochen kannst du deine Bestellungen produzieren lassen und profitierst dann von dem Verkaufspreis abzüglich des Preises, den du an die Plattform zahlst und auch noch abzüglich der Werbekosten, die du für die Werbung ausgegeben hast. Das ist also ein sehr, sehr cooles Modell, bei dem du eigentlich nichts machen musst, als deine grafische Idee rüberzureichen, diese zu bewerben und dann zu schauen, wie viele Bestellungen reinkommen. Und IPIA, ich bin unter 90 Sekunden und habe dir eine kurze Idee davon gegeben, was das T-Shirt-Business sein kann. Wenn du davon mehr wissen möchtest und wenn du auch grundsätzlich mehr über passives Einkommen wissen möchtest, dann freue ich mich, wenn du in mein Orientierungscoaching für passives Einkommen kommst und dir da die ganze Bandbreite der Möglichkeiten abholst. Bis dahin wünsche dir einen wundervollen Tag und schicke dir ganz liebe Grüße. Bis dahin wünsche dir einen wundervollen Tag und schicke dir einen wundervollen Tag.